Yo Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 2. Jetzt werde ich wieder meinen absoluten Hassraum betreten. Yay! Mit den ganzen G-Mutationen da. Aber dieses Mal bin ich ausgerüstet. Mit wunderschönem Feuer. Mal sehen, ob das ausreichen wird, um sie zu erledigen. Also, ich bin ja eigentlich auch schon damit zufrieden, wenn ich in der Lage bin, die Viecher so lange damit zu staggern, dass ich daran vorbeilaufen kann. Das reicht ja auch schon aus. Mehr möchte ich auch gar nicht. Und dafür opfere ich gerne ein paar Brandgranaten. Ich habe ja eh genug davon. Ich bin jetzt vor allen Dingen auch gespannt, welche Waffe ich mit Claire in dem Raum aufsammeln werde. Wird ja sowieso keine Flammenwerfer sein, den hat Leon ja schon. Oh ja, das dürft ihr ja bekannt vorkommen, Claire. Ja, das hast du ja schon mal erlebt. So. Ich habe ja mit Claire bereits so komische Nadelkartuschen oder was weiß ich noch mal heißen, aufgesammelt. Äh, ja. Das sollte... schon dann mal für eine ganz andere Waffe gut sein. Okay. Da feuere ich am besten jetzt schon drauf. Bye! Oh oh! Tschüss! Ist er jetzt abgetaucht? So. Passt. Der ist wirklich abgetaucht, oder? Nein! Nein, 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 nein. Ach, großartig. Wiedersehen. Ach, wirklich? Er hat sich losgelassen, weil er am Brennen war. Super. Ach, nö, wo kommt's von jetzt her? Lauf, 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 Claire, lauf, 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 lauf. Ach, das gibt's nicht. Mieser Drecksack. Mieser Drecksack. Ah, okay, scheiß drauf. Mist. Das Messer muss ich mir wiederholen. Aber eins nach dem anderen. Erstmal hier alles plündern. Stimmt. Ach, verdammt. Den könnte ich mir jetzt eigentlich abholen, wenn ich das Messer hätte. Ja, what? Verpiss dich. Du Drecksau. Mieser Drecksack. Das gibt's ja nicht. Hat er da einfach mal auf mich gewartet? Ich wusste gar nicht, dass er da überhaupt hochklettern kann. Dreck. Wirklich? Ich komm da ernsthaft nicht dran. Das ist nicht euer Ernst. Das ist doch Absicht. Ach, soll ich da jetzt trotzdem... Ja, komm. Ist mir jetzt auch egal. Auf den einen Schuss wird's jetzt auch nicht mehr ankommen. Das habe ich jetzt mittlerweile realisiert. Ich spare auch selbst auf Veteranen so extrem viel an Ressourcen ein, dass ich mal ruhig diese Raccoons wegballern kann, wenn ich sie sehe. Was? So, ich wollte schon sagen, auf die Art und Weise kombiniere ich die Dinger doch immer. Okay. Könnte jetzt knapp werden, weil ich ja ganz genau weiß, dass hier noch ein paar Zombies unterwegs sind. Hm. Ja, komm, ich benutze das lieber jetzt schon. Blaues Kraut jetzt noch zu benutzen wäre, glaube ich, unnötig. Wo war der Stecker? Oder der Stöpsel oder was auch immer. Ach, hier. Okay, genau. Das wäre das eine. Das kommt dann hier rein. Supi. Supi. Mhm. Ich glaube, den hole ich jetzt schon runter. Ja, ja. Was ist das? Ja. Feiner, kleiner Zombie. Schön liegen bleiben. Okay, genau. Hier holen wir uns. Das Ding. Warum hat die ominöse Musik jetzt angefangen? Wow. Wo kommst du her? Mist. Ich mach ihn jetzt lieber mit dem Messer fertig, bevor er... Nein! Och, komm schon! Mieser Sack. Toll. Okay. Ähm... König wird hier eingesetzt. Waffe wird geholt. Was ist... Elektroschock-Gewehr! Hallo! Waffen sind die einzige Art von Technologie, die ich bei Umbrella... Ähm... Also bei der ich... Wenn Umbrella draufsteht, Vertrauen reinstecke. Diese Waffe feuert Metallhaken auf das Ziel, durch die Strom geschickt wird, solange sie die Waffe auf den Gegner zielen. Wenn sie allerdings zu viel Strom durch die Drähte schicken, brennen diese nach einem letzten Stromstoß durch. Uhuhuhu. Okay. Ich bin gespannt. Das hört sich doch mal verdammt geil an. Wir... Nein! Och, wieso? Wieso? Du bist scheiße! Du bist so scheiße! Weißt du das? Wirklich? Ist jetzt endlich mal gut! Dreckiger Mistkerl! So, und bleib jetzt da! Oh, was ein Sack! Musste er mir ernsthaft nochmal Schaden zufügen? Unglaublich! Hier kommt die Königin. Hier der König. Dann das hier einsammeln. Und noch das hier und dann war's das. Okay, perfekt. Okay, ich werde diese Stelle definitiv nicht noch einmal spielen. Das ist mir jetzt wurscht. Selbst wenn ich mich noch ein zweites Mal hier heilen muss, ist mir egal. Das nehme ich in Kauf. Auch die Munition, die ich jetzt verballert habe, nehme ich alles in Kauf. Ist mir jetzt egal. Ich will diesen Raum garantiert nicht noch einmal sehen müssen. Ich werde ihn sowieso noch ein paar Mal sehen müssen. Ich weiß schon. Nein! Hau ab! Fuck! Soll ich das Elektroschock-Gewehr an denen austesten? Oh, jetzt ist er weg. Wo ist er? Ich sehe da hinten auf jeden Fall ein Viech. Ich kann da gerne mal das Elektroschock-Gewehr an dem Ding einsetzen. Oder an einem Ding. Ist mir egal. Hauptsache, ich komme hier lebendig wieder raus. Ich muss mich da jetzt einfach nur links halten. Aha. Verzieh dich. Nein! Nein, 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 nein! Shit! Shit! Ich habe ein Ding vollkommen verpasst. Okay. Weg, 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 weg. Och, das ist nicht euer Ernst. Nein! Ich bin tot. Ich bin tot. So eine Scheiße. Der eine hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht, der noch aus dem Wasser rausgekommen ist. So ein Dreck. Jetzt darf ich das Ganze nochmal machen. Och, Mensch. So, habe wieder alles. Habe es diesmal sogar geschafft, ohne Schaden hier durchzukommen. Was bedeutet, dass ich mich zumindest von einem der Viecher einmal packen und vergiften lassen kann. Beziehungsweise, ich kann ihm genauso gut auch ein Messer reinjagen. Naja, wobei... Wir wissen ja ganz genau, wenn ich ihm ein Messer reinjage, wird es mich direkt danach noch einmal packen. Also bringt das eher weniger. Aber ist mir jetzt auch egal. Ich werde meinetwegen auch eine weitere Brandgranate dafür opfern, um an dem Typen vorbeizukommen. So muss es sein. Wiedersehen, du Drecksack. Wir haben hier ja schon alles. Okay. Shit. Kommt er hier runter? Nö, der bleibt da. Ha. Cool. Soll er ruhig. Bleibt mal gut. Oh nein. Okay. Mist. Ich habe wieder zweimal geschossen. Ist egal. Nein. Okay. Tschüss. Ach, du Sau. Lauf, 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 Claire, lauf, Claire, lauf, Claire. Das reicht mir. Jawohl. Auf Wiedersehen. Zweimal das Ding verschossen ist mir, aber egal. Ich habe noch mehr als genug Munition. Nur einmal kurz verletzt worden. Das bedeutet, ein grünes Kraut wird mehr als ausreichen. Ich habe es endlich geschafft. Mein Gott. Nein. Nein. Leck mich. Dieses Mal lasse ich dich schön zurück. Du kannst mich mal. Habe ich hier noch ein Zombie gehört? Ich wollte schon sagen. So. Okay. Geschafft. Na also. Der Gegner, gegen den ich gleich antreten werde. Ich weiß nicht. Soll ich gegen den Brandgranaten benutzen? Oder was anderes? Frage ich mich gerade. Ich könnte ja jetzt auch mit Schießpulver und hochwertigem Schießpulver ein paar Säuregranaten herstellen. Die habe ich ja bislang noch gar nicht ausprobiert. Und ich denke mal, das wäre jetzt eine sehr gute Gelegenheit, genau das zu tun. Davon abgesehen. Für die Waffe habe ich jetzt mittlerweile schon viel zu wenig Munition. Da packe ich die lieber weg. Ähm. Die Frage ist, was nehme ich jetzt stattdessen? Ach. Ich habe mehr als genug davon. Nehme ich eben MP Munition. Warum nicht? So. Hole ich mir meine schöne MQ zurück. Zack. Zack. Ja, das Messer ist so gut wie hin. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das noch zu benutzen. Oder mitzunehmen überhaupt. Hm. Naja, so oder so. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal großes Schießpulver mit hochwertigem kombinieren. Fünf Säuregranaten. Nice. Okay. Und normales Schießpulver mit einem größeren Schießpulver kombinieren. Ich weiß nicht, ob das sich großartig lohnt. Ich meine, normale Pistolen Munition finden wir nie. So ziemlich nie. Und das ist eben das größte Problem, das ich damit habe. Genau. Damit könnte ich auch Hochleistungs Munition verschießen. Das wäre nicht schlecht. Hm. Hm. So. Jetzt wird hier ein kleines bisschen wieder umgeräumt. Als nächstes werde ich auf jeden Fall wieder das kleine Schachrätsel lösen. Hm. Soll ich Hochleistungs Munition mitnehmen? Wie viel habe ich davon? 15. Wird ein stabilerer Rahmen benötigt. Ja, also ich denke mal, das ist sozusagen mein Magnum-Ersatz. Deswegen würde ich sagen, werde ich das auch als solches behandeln. Munition wechseln. Bam. Und dann verstaue ich die Munition, die ich daraus bekommen habe, auch hier drin. So. Ich würde sagen, das sollte doch als Arsenal mehr als ausreichen, um den Typen zu erledigen, der vor mir stehen wird. Ja, das Messer packe ich weg. Das werde ich nicht brauchen. Ich werde sowieso auch erst einmal das Schachrätsel lösen müssen. Und dafür brauche ich die ganzen Figuren wieder. Die habe ich ja jetzt mittlerweile alle in der Kiste drin. So. Wie lautet das Rätsel hier? Der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Ganz am Ende und der Springer ist nicht da, wo er auf dem Kasten ist. Boah. Hm. Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Okay, ich denke mal, der Springer ganz am Ende soll heißen, dass er irgendwo am Rande ist. Also nehme ich mal an hier. Der Turm ist neben dem Springer. Moment. Ich sollte die ganzen Stücke lieber einmal analysieren. Das ist der Dame-Stecker, König-Stecker, Bauern-Stecker. Hm. Ich brauche den Turm-Stecker. Und ein grünes Kraut werde ich auch noch mal ganz schnell konsumieren, damit ich wieder gesund bin. Hm, 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 hm. Da. Das muss der Turm sein. Sieht zumindest danach aus. So. Noch einmal das anklicken. Das ist der, der Turm ist neben dem Springer, aber nicht gegenüber der Dame. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Also der König ist gegenüber vom Springer. Oh. Das kann ja schon mal so nicht stimmen. Hm. Gegenüber dem Springer ganz am Ende ist der König. Warte mal, da müssen König und Dame ja eigentlich dort stecken. Der König ist nicht neben der Dame, aber gegenüber dem Springer ganz am Ende. Dann würde ich sagen, ich packe den Springer hier hin. Den König hier hin. Und die Dame kommt dann ja hier hin. So, was war noch mal mit dem Turm? Der Turm ist neben dem Springer. Also hier. Gut, dann bleibt nur noch der eine Platz für den Läufer übrig. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Denkfehler. So. Bitte, geh, bitte, geh, bitte, geh. Yes. Nice. Alles richtig gemacht. Okay, Sherry. Ich bin auf dem Weg. Hm. Ich werde jetzt nur wieder die Elektronikteile als Andenken einsacken. Wie gesagt, sind schöne kleine Souvenirs. Von einem kleinen Schachnerd, der hier damals gearbeitet hat. Supi. Dann wäre das abgehakt. Und... Ja, stimmt. Wenn... Das ist eigentlich ein kleines bisschen zu viel. Ich würde sagen, die Hochleistungsmunition packen wir weg. Und dafür packe ich... Wenigstens... Hm... Ja, nee, davon nix. Ich würde sagen, ich packe wenigstens ein grün-rot-blaues Krautgemisch dazu. Habe ich ja auch wieder mehr als genug. Damit ich mich heilen kann. So, und ich gehe wie immer davon aus, ich werde erst hier unten bei der Hauptstromversorgung von dem Viech verfolgt. Deswegen sammle ich mir erst einmal die Items ein, die hier noch rumliegen. Das sind ja ein paar. Perfekt. Das waren ja alle, genau. Oh. Man hat da schon irgendwas gehört. Ist klar. Super. Dann würde ich an dieser Stelle speichern und nachgucken, ob das für den Part bereits reicht von der Zeit her. Moment. Ja, 20 Minuten haben wir hingekriegt. Wunderbar. Ja. Sorry, dass ich jetzt in letzter Zeit ziemlich gerne die Parts etwas kürzer halte. Aber dadurch, dass die am Anfang so lang geworden sind und auch ziemlich viel wiederholt werden musste von den Passagen, ist es mir jetzt deutlich lieber, wenn ich die Parts etwas eher als später beenden kann bei Resident Evil. Am Anfang habe ich immer ganz viel Zeit dafür eingeplant, aber wenn ich jetzt gegen Ende schon nach 20 Minuten ohne Bedenken den Part beenden kann, dann ist das wirklich für mich so eine kleine Art Atempause. Und die gönne ich mir jetzt einfach mal. Super, Leute. Ich meine, ich habe immerhin den Raum hinter mich gebracht, der für mich persönlich am schlimmsten ist. Keine Ahnung, wie es bei euch aussieht, ob ihr den Raum ziemlich easy findet, aber für mich ist er einfach sowohl bei Leons als auch jetzt bei Claire's B-Szenario einfach nur grausam. Okay, sei es wie es sei, ich beende den Part an der Stelle. Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.